Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Montag, den 1. Juli. Mein Name ist Julia Grewe. In der ersten Runde der Neuwahlen in Frankreich liegt laut Hochrechnungen das extreme rechte Bündnis um Marie Le Pen mit 34% der Stimmen klar vorne. Das linke Bündnis Nouveau Front Populaire kommt auf 28,1% und liegt den Hochrechnungen zufolge noch vor der Partei von Präsident Emmanuel Macron, das mit 20% auf Platz 3 liegt. Sam Mostyn ist zur 28. Generalgouverneurin Australiens vereidigt worden. Damit übernimmt sie das Amt von David Hurley. Mostyn steht bekannt für ihre Arbeit als Anwältin, Geschäftsfrau, politische Beraterin und AFL-Beauftragte. Sie ist die zweite Frau, die das Amt der Generalgouverneurin in Australien antritt. Letzte Woche verabschiedete das Parlament ein Gesetz, mit dem das Gehalt der Generalgouverneurin für die fünfjährige Amtszeit auf über 700.000 Dollar pro Jahr erhöht wird. Laut Frauenministerin Katie Gallagher steht dies im Einklang mit dem Gehalt ihrer Vorgänger. In der Schweiz sind durch Unwetter am Wochenende mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wird noch vermisst. Vor allem die Kantone Wallis und Tessin waren davon betroffen. Dort haben die Unwetter zu Überflutungen und Erdrutschen geführt. Mehrere hundert Personen mussten evakuiert werden, einige Gebiete sind nur noch über den Luftweg zu erreichen. Drei rechtsgerichtete Spitzenpolitiker aus Ungarn, Österreich und Tschechien wollen im Europaparlament eine neue Fraktion gründen. Das gab FPÖ-Chef Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und dem tschechischen Politiker André Babiš in Wien bekannt. Orban nannte als Ziel der Initiative, in Kürze die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung der europäischen Politik zu werden. Um eine neue Fraktion im Europäischen Parlament zu gründen, braucht es mindestens 23 EU-Abgeordnete, die mindestens ein Viertel der 27 Mitgliedstaaten repräsentieren. Damit benötigt das neue Bündnis noch die Unterstützung von Parteien aus vier weiteren Ländern. Führende Vertreter der australischen Muslime haben einen offenen Brief zur Unterstützung von Senatorin Fatima Payman veröffentlicht. Darin kritisieren sie die Entscheidung der Labour-Führung, Payman auf unbestimmte Zeit aus dem Fraktionsverstand auszuschliessen. In dem Brief heißt es, das politische Kalkül von Labour und das Versäumnis, Israel für seinen Angriff auf den Gazastreifen zu verurteilen, würde letztlich in einem politischen Misserfolg für die Partei enden. Payman ist Senatorin in Western Australia und hatte erklärt, sich erneut für die palästinensische Eigenstaatlichkeit auszusprechen. Damit handelte sie den Erwartungen der Labour-Partei entgegen, dass die Mitglieder Fraktionsdisziplin walten lassen und als Block abstimmen. Premierminister Anthony Albanese hatte Payman danach aus der Fraktion ausgeschlossen. Ein internationales Studentenvisum kostet ab heute 1.600 Dollar gegenüber 710 Dollar im vorigen Haushaltsjahr. Nach Angaben der Regierung wird das eingenommene Geld in den Hochschulsektor fliessen, um bezahlte Praktika und gebührenfreie Uni-Ready-Kurse zu finanzieren. Die Regierung versucht damit, die Integrität des internationalen Bildungssektors wiederherzustellen. Und zum Sport. Am Wochenende hat die Deutsche Elf bei der Fußball-EM die Dänen mit 2 zu 0 besiegt und steht damit im Viertelfinale Spanien gegenüber. Die Schweiz hat gegen den Titelverteidiger Italien mit 2 zu 0 gewonnen und trifft im Viertelfinale am Wochenende auf England. Mehr dazu später im Programm. Redaktionsschluss für diese Meldungen war 14 Uhr Australian Eastern Standard Time. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen grossen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.